Aus dem FF, die Frauenfußball-Talkrunde. Immer montags. Diskussionen und Analysen. Kompetent und sachlich. Zu den Spieltagen der Flyer-Alarm-Frauenfußball-Bundesliga, der Women's Champions League, der Frauenfußball-Nationalmannschaft. Wir freuen uns. Eine neue Folge aus dem FF. Frauenfußball-Leidenschaft. Heute mit Adriana, direkt aus London. Charlotte, direkt aus dem Bereich Frankfurt. Bickenbach, Bergstraße. Bergstraße auch noch. Ja, und oben auf dem Berge wohnt der Andreas in Pforzheim. Also haben wir die ganzen Bergsteiger. Und ich total in Unterreichenbach. Ja, herzlich willkommen alle. Wir legen auch gleich los. Wir haben einige Themen hier zu besprechen heute. Sehr interessante, denke ich mal, auch für die Zuschauer und Zuhörer. Und zunächst einmal haben wir wieder eine Verletzung. Das ist Lina Wichmann, die sich einen Kreuzbandriss geholt hat. Die letzten Meisterschaftsspiel gegen Köln. Erstmal gute Besserung. Aber Kreuzbandriss, das leidige Thema, was wir schon oft hier angeschnitten haben. Und verschiedene Bausteine, Mosaiksteine kommen da zusammen im Frauenfußball oder bei den Frauen, die das so gefährlich machen. Und jetzt hat die Adriana in dieser Woche einen Artikel geschrieben über einen neuen Fußballschul. Und ja, du hast gesagt, 2009 war schon irgendwie auf dem Markt, wo das schon designt. Jetzt erzähl doch mal, was ist da so Besonderes? Wer hat das quasi erfunden? Start-up-Unternehmen ist das. Ich denke mal, ist von Interesse für alle Fußballer geworden. Ja, also wie du gesagt hast, Kreuzbandrisse sind gerade im Frauenfußball leider, kommen extrem häufig vor. Und ich habe da in dem Zusammenhang mit Laura Youngson geredet. Die hat die Firma Ida Sports gegründet. Sie war der Co-Founder von der Firma. Und ihr Ziel war es eben auf der einen Seite, dass Frauen natürlich in der Art gesehen werden, dass sie Frauenfußballschuhe in den Stores kaufen können, wo nicht nur Angebote für Männer da sind, nicht nur für Kinder, sondern auch wirklich Frauenfußballschuhe ausgeschrieben sind. Auf der anderen Seite natürlich aber dann auch die Verletzungskomponente, die da mit reinspielt, weil eben Frauenfüße anders sind, anders anatomisch als die von Männern. Und das fängt natürlich schon an mit dem Gewicht, das da auf die Füße draufkommt, auf die Schuhe. Das hat mit dem Raum an der Ferse zu tun, mit den Zehen und so weiter. Also da gibt es einige Sachen, die da mit reinspielen. Und eben in dem Zusammenhang, leider ist es noch nicht so weit mit der Wissenschaft. Die hinkt immer noch so ein bisschen daher, vor allen Dingen im Frauenfußball. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass eben die Wahl der Fußballschuhe mit reinspielt in die Kreuzband- oder Verletzungen im Generellen. Und aber auch sowas wie Stollen, Stollenlänge natürlich auch, weil gerade Kreuzbandrisse häufig bei Richtungswechseln oder bei Rotationsbewegungen vorkommen. Das hast du alles besprochen. Das haben die alles berücksichtigt in ihrer Forschung. Ja, für mich gibt es da sicherlich viele, viele Mosaiksteinchen. Das geht bei der Ausbildung, DFB, Lizenzlehrgänge geht das los. Wenn du als junger Trainer aus den Lehrgängen kommst, hast du viel Geld bezahlt. Du weißt aus dem Biologieunterricht von der Schule, dass es Männern und Weiblein gibt. Aber du weißt nicht, dass es zum Beispiel eine Trainingssteuerung, Belastungssteuerung geben muss im Fußballtraining. Genauso ist es, dass es viel, es wird viel den Vereinen, den Spielerinnen überlassen, da zu handeln, sich zu informieren. Ja, das ist eigentlich das Tragische, muss ich sagen, das Bittere, weil es gehört sich eigentlich von oben da entsprechend zu lenken, auszubilden. Einmal, dass es eben halt den Zyklus der Frau gibt, dass das eine Komponente ist, aber auch die Schuhe. Und da sind so Fabrikanten wie Puma, wie Adidas, Nike sind gefragt, die sich groß in die WM und EM als Sponsor auftun oder auch als Schuhsponsor für die Spielerinnen, aber eigentlich sich um ihre Klienten überhaupt nicht kümmern. Und da finde ich das toll, dass EIDA sich da kümmert. Also was ist da das Besondere an den Schuhen jetzt? Also vor allen Dingen eben diese ganzen Komponenten, die ich vorhin aufgezählt habe, die werden da so gut wie möglich berücksichtigt. Und gleichzeitig ist aber auch, dass die Firma sehr eng zusammenarbeitet eben mit Wissenschaftlern, die in dem Bereich tätig sind. Und ich habe auch schon im letzten Jahr ein Interview geführt mit Dr. Katrin Krieger, die eben darauf spezialisiert ist, die auch mit der Firma zusammenarbeitet und ihre eigenen Forschungen anstellt. Also ich glaube, gerade da sind sie anderen Firmen voraus. Also Puma hat auch Frauenfußballschuhe rausgebracht, aber ich glaube, das ist nicht so wirklich an die Öffentlichkeit richtig groß geworden, sodass jeder weiß, da kann man hingehen, da kann man Schuhe für Frauen kaufen. Also ich glaube, da kann auch noch einiges mehr gemacht werden in dem Bereich. Als das rauskam mit Puma, entschuldige, wenn ich die anderen jetzt ein bisschen raus und raus und vorlasse, als das mit Puma rauskam mit den Frauenfußballschuhen, da bin ich dann gleich zu Intersport hier in Pforzheim und habe dann gefragt, ja, wie sieht es denn aus? Habt ihr von Puma diese Schuhe? Was? Spezielle Frauenfußballschuhe? Also wenn hier bei uns ein Mädchen oder eine Frau kommt und möchte Fußballschuhe, dann verkaufe ich denen kleinere Schuhe im Herrenbereich. Dann habe ich versucht, dir mal klarzumachen, dass es da Verletzungsrisiken gibt. Da wissen wir nichts von. Du konntest also nur über einen Katalog diese Puma-Schuhe bestellen und die sind natürlich unglaublich teuer, die kosten über 230 Euro. Wer kann sich das im Amateurbereich oder auch in der Regionalliga oder in der zweiten Lehre umdrehen leisten? Andreas, jetzt nehme ich dich noch mit rein. Wir haben so oft über diese, ich sage es einfach mal, Scheißverletzungen besprochen, und die sich ja nun wirklich durch alle Ligen, alle Klassen beziehen, wichtige Spielerinnen fallen aus. Wie siehst du das ganze Problem? Wenn du jetzt das mit den Schuhen oder dem Zyklus jetzt weißt, wie stellst du dich dazu? Es ist eigentlich traurig, dass die Forschung da so weit hinterherhinkt und dass man jetzt so nach und nach mal anfängt, in dem Bereich zu forschen oder Dinge zu entwickeln. Ja, wir können ja für die WM dieses Jahr im Sommer beinahe eine Mannschaft stellen mit Kreuzbandverletzten, die um den Titel spielen könnte. Und das ist ja so traurig. Aber von der Spitze mal abgesehen, wir haben auch diese Verletzungen in der Bundesliga, in der zweiten Liga. Es sind durch die Bankspielerinnen von allen Vereinen in allen Ligen betroffen. Und man versteht eigentlich nicht, dass die Forschung jetzt erst anfängt. Dass man jetzt erst draufkommt und sagt, ach, man muss ja für die Frauen speziell die Schuhe entwickeln. Ach, man muss ja die Trainingssteuerung auf dem weiblichen Zyklus auch abstellen. Mein Gott, wie weit hinterher ist man denn da? Und man kann nur hoffen, dass die Entwicklung jetzt sehr, sehr schnell vorangeht. Weil, was ich ja oft sage, wir wollen die besten Spielerinnen auf dem Platz sehen. Ich will keine Postings sehen, wie die Reha vorangeht, sondern ich will sie spielen sehen. Und zwar von allen Vereinen möchte ich am liebsten alle Spielerinnen fit auf dem Platz sehen. Und das ist so traurig zu sehen. Also mir geht es inzwischen schon so, wenn ich ein Spiel verfolge, ob im Stadion oder am TV, wenn eine Spielerin am Boden liegt und sich Knie hält, dann ist mein erster Herr da, oh bitte nicht schon wieder Kreuzband. Egal, welche Spielerinnen von welchem Verein machen einfach diese Horrorvorstellung. Und das muss, das muss besser werden in den nächsten Jahren. Ja, jetzt habe ich in dem Zusammenhang mehrfach den DFB angeschrieben, auch den Ausbildungsleiter. Habe den versucht aufzuklären, dass er nochmal eine Mondu... Erstmal wollte ich Informationen haben, wie sieht denn so eine Ausbildung überhaupt aus, bevor ich anfange zu meckern. Habe ich natürlich nichts über Frauenfußball und Mädchenfußball in den einzelnen Lizenzstufen gesehen. Habe dann auch einen Gast gehabt bei mir im Talk, die eine B-Lizenz gemacht hat. Gab es nicht. Also ich habe mich da schon informiert. Ja, kam dann die Antwort. Leider haben wir das noch nicht. Aber wir werden da was tun. Es scheint es so zu sein, dass wir jetzt im neuen Jahr einen Baustein in den oberen Lizenzreichen, dann halt einbauen, Belastungs- und Trainingsteuerung. Ja, das ist ja schön und gut. Aber es fängt ja bei der C-Lizenz schon an, wo man mit Mädchenfußball und auch mit Frauenfußball in den unteren Ligen kann anfangen. Da fängt es doch an, danach Empathie zu entwickeln für die Belastung im Training. Und ich habe mich auch viel zu wenig abgemacht. Da wird zu viel über den Spielerinnen überlassen, die dann beim Verein vielleicht einfordern, hey, ich habe da mal was gehört über eine App, da gibt es eine Steuerung und so weiter und so fort und dann bemüße ich vielleicht der Verein, da was zu tun. Also einige Bundesligisten, ich denke mal auch Frankfurt, wird da sicherlich einiges tun. Könnte ich mir vorstellen, aber trotzdem, auch auf Frankfurt passiert es halt. Ja, kann ich nicht beurteilen, inwieweit bei uns da was getan wird in der Trainingssteuerung. Aber was ich halt auch denke, auch die Spielerinnen müssen da viel offensiver mit umgehen. Die stellen schön immer ihre Schuhe vor, so nach dem Motto, neue Schuhe heißen Puma blub, 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 heißen Adidas blub, blub, blub oder von Ander Amour, was haben wir, schöne Zeichen da drauf. Und gerade wenn jetzt Puma so einen Schuh hat, und wir haben ja doch relativ viele Spielerinnen in der Bundesliga, die Puma-Schuhe tragen, die müssen das dann vielleicht auch nochmal mehr sagen. Das ist ein spezieller Schuh auch nochmal für uns Frauen oder sowas oder für uns, für die jungen Mädels. Um damit auch nochmal mehr Druck auf zum Beispiel Puma zu machen oder im Gegenzug auf Adidas oder auf Ander Amour oder auf Nike oder wie auch immer die Firmen heißen, da auch so ein, ja, drauf hinweisen einfach. Und nicht einfach einen schönen neuen Schuh ins Bild halten und auf Instagram oder Facebook oder wo auch immer, TikTok, keine Ahnung was, zu posten. Ja, das war heute auch wieder der Fall. Ich weiß jetzt nicht mehr, die Spielerin, die hat so einen schönen neuen Schuh. Also ist ja toll, das werden wir machen für den Hersteller. Aber hey, es geht um die Gesundheit der Spielerin langfristig, weil so ein Kreuzbandriss, zum Beispiel Kreuzbandriss, insgesamt dauert das ein Jahr, bis du zurückkommst. Mit Reha. Und wenn du dann noch eine Entzündung kriegst, eine Nebenwirkung oder weiß ich was, dann dauert es ja noch länger. Ja, ja. Also sind sie auch selbstverantwortlich, klar. Die müssen mehr Druck machen. Aber viele Vereine, wie gesagt, die weiß ich, dass sie schon mit einer entsprechenden App arbeiten, dass man dann die Trainings- und Belastungssteuerung entsprechend regelt, ist bestimmt für den Trainern und fürs Trainerteam nicht ganz einfach, weil du dann auf einmal mehrere Frauen im gleichen Zyklus hast. Aber gut, das ist eben halt das Profigeschäft im Frauentumsball, da muss man sich eben entsprechend verhalten und entsprechend ausbilden lassen. Andreas, müssen wir in der Bank und ich musste das früher auch. Absolut, zur Stimmung. Hat er noch irgendwas zu den Schuhen? Nein, nur insgesamt, dass das nur ein Beispiel dafür ist, dass wir noch nicht bei diesem hohen Professionalisierungsgrad angekommen sind im Frauenfußball. Und gerade die Vereine, die dann vielleicht doch ein bisschen mehr Geld haben, die höher mitspielen, die dann mehr Möglichkeiten haben, dann auch für die Spielerinnen irgendwie was zur Verfügung zu stellen, mehr Physios und so weiter. Und dass dann natürlich die Vereine weiter unten, die vielleicht auch keine Männerabteilung haben, dann natürlich deutlich im Nachteil sind. Also ich habe zum Beispiel mit dem Dr. Ritter Lang gesprochen über das Problem des Zyklus und der Verlässungshäufigkeit. Bei Potsdam wird jetzt viel und intensiv an dieser Sache gearbeitet. Ja, wirklich, Charlotte, wird gemacht. Auch mit Supplements, also mit Zugaben von speziellen Vitaminen. Ich meine, er hätte Vitamin D gesagt. Gibt es da, ja, der unterstützt eben halt den Muskel und so weiter. Also man macht dann eine ganze Menge. Und auch bei Bayern München macht man was und so weiter und so fort. Aber wie du schon sagtest, die Spielerinnen müssen einfach mehr fordern. Nicht nur bei TikTok irgendwelche Schuhe einstellen, wie schön die sind, welche Farbe, sondern auch mal auf das Stollenbild gucken, das dann zeigt, oh, im Rasen bleibe ich mit diesem blöden Schuh ja hängen. Im halben Jahr bin ich dann wahrscheinlich bei Dr. Professor sowieso auf dem OP-Tisch. Also, gut, wir machen dann damit Schluss. Ich weise nur darauf hin, dass ich eine Facebook-Seite habe, Verletzungen im Frauenfußball, da hat man Literatur, Videos, alles. Und da kann man sich das angucken, anhören. Ist, glaube ich, ganz interessant. Wird immer auf dem neuesten Stand gehalten. Ja, mehr können wir erst mal nicht tun. Kommen wir zur Aktualität. Wir hatten am Dienstag ja Champions League. Und da hat unter anderem Bayern München gegen Arsenal gespielt. Ich konnte es leider nicht sehen. Ich habe es, glaube ich, schon mal angedeutet. Jetzt zwei, drei. Bayern hat 1-0 gewonnen gegen Arsenal. Angeblich etwas glücklich. War das so? Wen fragst du? Darf ich? Ja, selbstverständlich. Also, ich war im Stadion. Zunächst mal schön, 20.000 Zuschauer, tolles Ambiente, tolle Atmosphäre. Das Ganze drumherum. Und ein starkes Spiel. Ja, unentschieden, denke ich, wäre also wirklich gerecht gewesen. Die erste Halbzeit Bayern losgelegt wie gegen Barcelona. So nach fünf oder acht Minuten hat es sich dann ein bisschen beruhigt, der wilde Beginn. Und Arsenal hatte das Spiel eigentlich so 20, 25 Minuten lang im Griff. Dann ist Bayern wieder stärker geworden. Hat auch ein sehr schönes Tor gemacht. Von der Lea Schüller, Kopfballtor. Wobei man sagen muss, schlecht verteidigt. Ich kann nicht die Kleinste, die Laura Wienreuther, gegen die große Lea Schüller da hochspringen lassen. Zumal Lea eben im Kopfballspiel sehr stark ist. Das war einfach eine schlechte Zuordnung. Und Manu Zinsberger stand auf der Linie und hat geguckt, wie der Ball dann einschlägt. Aber die Führung zur Halbzeit war dann doch verdient. Bayern hat noch eine zweite richtig gute Chance gehabt. Aber in der zweiten Halbzeit, denke ich, wenn man das fair betrachtet, also der Ausgleich wäre wenigstens verdient gewesen. Zweimal der Ball von der Linie gekratzt worden. Die Saki Kumagai mit einem Spreizschritt den Grat noch auf der Linie erwischt. Also, ja, Lea Schüller auf der Linie angeschossen worden. Bayern hatte schon das Glück auf seiner Seite im Pfostentreffer noch von Caitlin Ford. Also, ja. Aber an sich, ja, tolles Spiel. Und das Rückspiel natürlich gute Voraussetzung jetzt für Bayern, die, ja, die auch diese Erfolgswelle im Moment haben. Ja. Da sprechen wir noch über die Bundesliga. Also, das wirkt sich ja alles aus, dass man mental eben im Moment sehr, sehr gut drauf ist. Und wie Klaus, wie du immer sagst, großes Kompliment auch für die letzten beiden Spiele wieder an den Trainer, der eben die Taktik immer wieder auch anpasst oder neue Ideen auch einbringt. Und die Spielerinnen verstehen, was er von ihnen will und setzen das auch gut um. Ja, das hätte ich auch noch mal im Topspielen noch mal dabei, noch mal eingefügt. Mit Alex Strauß hat man wirklich einen Trainer gewonnen. Das ist ein Taktik-Fuchs. So wie Pep Gagliola vielleicht. Das ist auch so ein Fuchs. Das ist auch nicht, aber. Ja, aber auch Tuchel. Das ist auch so ein Fuchs der Taktik. Die Spieler haben dann irgendwann mal die Schnauze voll, weil sie sich das immer so ein bisschen anhören müssen, was da alles so kreiert wird. Aber er macht es gleichwohl leicht verständlich und hat immer wieder so ganz kleine Schräubchen, wo er dran dreht und ist jetzt erfolgreich. Kannst du da zustimmen, Adriana? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Alexander Strauß tut den Bayern richtig gut und auf der einen Seite eben die ganzen taktischen Aspekte, aber ich glaube auch, dass gerade bei Bayern aktuell, dass man richtig sieht, wie die ganze Mannschaft eben da mitzieht und die Leidenschaft auf den Platz bringt. Das hat mir in der Vergangenheit so ein bisschen auch bei Bayern gefehlt. Aber ich glaube, das ist wirklich momentan da und ist auch mit einem oder direkt dazu bei, was eben gerade so erfolgreich läuft. Und ich meine, in Arsenal hat sie auf jeden Fall richtig gut dagegen gehalten. Ich finde, gerade in der ersten Halbzeit hat man es auch besonders gesehen, dass sie eben ziemlich hohes Pressing gespielt haben und immer wieder auf Bayerns linke Seite. Ja, also so zugestellt haben, dass sie über die linke Seite spielen mussten. Wahrscheinlich dann doch, dass sie da so ein bisschen vermeintlich schwächere Seite ausgemacht haben. Ich fand, da gab es auch einige Situationen, da wo es so ein bisschen brenzlig geworden ist mit Kumagai und Hansen auf der Seite. Aber zum Schluss natürlich dann gut verteidigt. Und ja, Kumagai, ich fand, sie hat nicht ihr bestes Spiel gehabt, aber dadurch, dass sie dann diese Weltklasse-Rettungsaktion hatte auf der Linie, das hat es natürlich nochmal rausgehauen. Ich glaube, Lea Schüller hat später auch nochmal auf der Linie geklärt. Und ich glaube, Lea Schüller war für mich gerade die beste Spielerin bei Bayern. Also nicht nur wegen dem Tor, sondern auch insgesamt, glaube ich, dass sie enorm gute Leistung gebracht hat, auch fast noch ein zweites Tor geschossen. Und bei Arsenal auf jeden Fall Caitlin Ford, die wahrscheinlich dann auch den Treffer verdient hätte, auch an dem Pfosten unter anderem geschossen. Also ja, das wäre dann eigentlich das verdiente 1 zu 1 Gewinne. Also für die beste Spielerin möchte ich noch die Claudis Vigostotti ja bei Bayern rausheben, die ein bisschen unter dem Radar so durchläuft. Oder ich habe selten Lob für sie gelesen. Aber wie die sich diese Saison entwickelt hat, sie ist also absolut die Abwehrchefin bei Bayern. Und ich fand es in beiden Spielen, gegen Arsenal und gegen Wolfsburg, war sie überragend. Ich habe sie gegen Wolfsburg, habe ich sie extra beobachtet. Wenn man im Stadion sitzt, hat man noch einen besseren Einblick als nur im Fernseher. Und wenn man sieht, wie sie auch die Abwehr organisiert und dirigiert, das war letztes Jahr nicht der Fall. Also letztes Jahr ist sie so in Anführungszeichen als Lehrling zu Bayern gekommen und dieses Jahr ist sie die Chefin in der Abwehr. Und wirklich bärenstark auch. Ja, sie steht richtig, sie ist kopfballstark, sie greitscht auch mal dazwischen oder ploppt einen Schuss ab. Also die möchte ich wirklich mal lobend hier herausstellen. Ja, kannst du ja auch. Ich habe sie gegen Wolfsburg beobachtet, absichtlich auch mal, um sie mal kennenzulernen. Ich muss sagen, hat Vicky Souverän da hinten gespielt. Canara hat da so nicht gefehlt, meine Werften. Charlotte, was sagst du zu dem ganzen Ergebnis? 1-0? Ich hatte irgendwie, um nochmal auf Kumagai zu kommen, ich habe irgendwie so für mich gedacht, ich würde die mal raustun, ich würde wechseln. Und danach hat sie diese Rettungstat da vollbracht. Da habe ich gedacht, okay, gut, dass sie nicht ausgewechselt wurde. Das war, weil sie davor so ein paar Szenen hatte irgendwie, wo sie auch ein bisschen unglücklich agiert hat. Und wo man gedacht hat, wenn die anderen ein bisschen fixer gewesen, hätte das Ganze auch anders ausgehen können. Wieder mit Rückpässen auf Malakros und solche Situationen. Und dann hat die den da rausgefischt, dann noch das Geknäule da auf dem Boden da noch. Und wo dann auch wieder irgendwelche gesagt haben, boah, hätte man auch anders pfeifen können. Und Rückgabe und keine Ahnung was. Und ja, unterm Strich sicherlich ein glückliches 1-0, aber auch kein unverdientes 1-0 für Bayern am Dienstagabend. Das ist ja genau das Problem. Dadurch, dass Tainara und Caro Simon ja verletzt ausgefallen sind, zwei der vier Stammabwehrspielerinnen. Also auch da nochmal das Lob an die Mannschaft und an den Trainer, die ja mit diesem personellen Engpass auch wieder super umgegangen sind, dass man die Hintermannschaft komplett umbauen muss. Und ja, es ist ja niemand, also es wäre nur noch die Emily Braxtadt, die junge Norwegerin, die man dann bringen kann. Ansonsten ist ja für die Defensive niemand mehr da als Alternative. Und ja, auch da hat Alex Strauß wieder sehr, sehr gut reagiert und die Mannschaft sehr gut eingestellt. Und der jammert nicht. Also was ich immer lese, der jammert gar nicht. Ja, da müssen wir durch. Das ist eben halt so. Diese Verletzungsmisere haben wir. Die Spielerinnen stehen uns nicht zur Verfügung. Da müssen wir das Beste draus machen. Wo kommen seine Worte rüber? Wir müssen das Beste draus machen. Also das bringt der ja auch der Mannschaft gegenüber so raus. Das heißt, der ist da nicht, wie soll ich jetzt sagen, weinend vor der Mannschaft. Oh Mann, ich armer Trainer oder ihr arme Mannschaft, sondern der motiviert die da richtig wahrscheinlich nicht. und das das Innenverhältnis, das passt einfach da auch. Gut. 1-0 gewonnen. Diesen blödes Ergebnis. Aber jetzt muss Aser erst mal ein Tor machen. Muss irgendwann mal die Räume öffnen. und da könnte natürlich die Chance bei Bayern liegen, dass man da rein stößt und dann vielleicht ihrerseits das Tor macht. Egal, in welcher Phase. Schauen wir mal. Chelsea, Lyon, auch 1-0. Lyon vor dem Ausscheiden. Was meint ihr? Egal, wer anfängt. Also ich habe nicht so viel gesehen. Ich habe das nur so partiell, also nicht komplett gesehen. Aber das, was ich gesehen habe, würde ich sagen, schon Chelsea, die stärkere Mannschaft gewesen mit in der das, was ich gesehen habe, mehr Chancen gehabt wie Lyon. Kam dann zwar zwischenzeitlich mal ein bisschen zurück, aber gesamt gesehen, glaube ich, war Chelsea die bessere Mannschaft gewesen. Aber das ist jetzt meine subjektive Meinung. Kann Adriana bestimmt noch ein bisschen was zu sagen? Ja, nee, ich kann Charlotte da nur zustimmen. Chelsea hatte definitiv die zwingenderen Chancen auch, also waren näher dran, finde ich, das zweite Tor zu schießen. Und Lyon auf der anderen Seite hatte, gerade in der ersten Halbzeit dann doch meines Erachtens dann gefühlt mehr Ballbesetzung, mehr Zug zum Chelsea, Tor, aber dann irgendwie doch nie so, dass es wirklich gefährlich geworden ist, wenn es irgendwie Sinn macht. Also sie haben einige Schüsse, glaube ich, dann auch gehabt, aber nie dann direkt aufs Tor. Ich glaube, ein oder zwei dann wirklich gute Chancen, aber das war es dann auch schon. Also ein bisschen war ich dann schon gewisserweise von Lyon enttäuscht, aber man muss auch dazu sagen, Hegerberg, weil das ganze Spiel nur auf der Bank, hat jetzt am Wochenende, glaube ich, in der französischen Liga den ersten Einsatz wieder gehabt. gleich ein Tor geschossen. Also im Rückspiel könnte ich mir da gut vorstellen, dass sie da ihre Einsatzzeit bekommen, vielleicht nicht von Anfang an, aber natürlich mit einer der besten Spielerinnen überhaupt, die man vorne reinstellen kann und natürlich immer torgefährlich ist. Okay, noch jemand zu dem Spiel? Andreas? Der Spiel ist auch noch ziemlich offen. Also ich fand auch, Chelsea war die etwas bessere Mannschaft, hat durchaus verdienter gewonnen und wenn noch ein Tor gefallen wäre, dann wohl eher für Chelsea, wobei die am Schluss natürlich letzte 15, 20 Minuten haben sie schon das Ergebnis auch verwaltet und geschaut, dass sie eben den Sieg mitnehmen. Ich fand, bei Lyon kam ein bisschen mehr Schwung rein, als Daniele van der Donk eingewechselt wurde. Mal sehen, es ist immer, wir kommen wieder zu dem Punkt, ist immer von der Verletzungssituation auch abhängig. Bei Chelsea sollte Millie Bright ausfallen in der Innenverteidigung, sollte Aaron Cuspert ausfallen, die jetzt am Wochenende verletzt ausgewechselt werden musste, dann hat Chelsea zwei richtig große Probleme und auf der anderen Seite, wenn Lyon auf Ada Eggerberg wieder zurückgreifen kann, dann haben die da eine Waffe, die sie halt im Hinspiel nicht hatten. Ist noch völlig offen, also ich wollte mich da nicht festlegen, ich traue Lyon durchaus ein Tor zu und dann steht schon Paris, also das wird sehr spannend werden. Zu Millie Bright und Aaron Cuspert, ich glaube, da hat Emma Hales gestern nach dem Spiel gesagt, dass geplant ist, dass sie wieder zurückkommen können für das Spiel und ich glaube, das wird auch extrem wichtig sein, gerade Millie Bright, weil die eben die Stabilität in das Chelsea-Spiel reinbringen, die Abwehrchefin da hinten ist, was sich auch unter anderem ihre Abwesenheit ausgewirkt hat, gestern als Chelsea dich so gut gespielt hat. Ja, und Aaron Cuspert im Mittelfeld, also für unsere deutschen Zuhörer kann man es in etwa so vergleichen, wie Georgia Stanway bei Bayern, so unglaublich wichtig im Mittelfeld, was die an Bällen zurückerobert, was sie auch Chancen kreiert, aber selber auch den Abschluss sucht, also, ja, neben Bright und Kerr ist für mich Kasper die zentral wichtigste Spielerin bei Chelsea, also hoffen wir mal, dass beide spielen können, beide bei Chelsea und bei Hegerberg bei Lyon, dass einfach die Top-Spielerinnen da sind und dann freuen wir uns auf ein tolles Spiel, denke ich. Charlotte, freuen wir uns dann auch ein schönes Spiel, Wolfsburg gegen Paris oder Paris gegen Wolfsburg? Wolfsburg gegen Paris, so rum ist es, die haben ja auswärts gespielt. Ja, ich glaube, das ist, insofern ist das jetzt nochmal interessanter geworden aufgrund der Niederlage am Freitag, glaube ich, am Samstag, sorry, ist das schon ein schwieriges Spiel, glaube ich, für Wolfsburg und sie haben auch in Paris in meinen Augen nicht überzeugt mit Glück den Elfmeter hatten für mich im ganzen Spiel keine zwingende Torchance gehabt. Also eigentlich ein glücklicher Sieg in Paris gewesen für Wolfsburg in meinen Augen. Haben auch aus der halben Stunde Überzahl nichts gemacht in meinen Augen. Okay. Also auch ziemlich offen das Rückspiel, obwohl Wolfsburg zu Hause spielt, aber mental angeschlagen. Die sind einfach mental angeschlagen, nach der Niederlage. Ja, gut. Überraschend Barcelona, Rom auch nur 1-0 oder war das vertersehbar, dass es so knapp werden könnte? Was sagen die Experten? Ich habe eigentlich einen klareren Sieg für Barcelona erwartet, aber trotzdem ist das von den vier Spielen das eine, wo ich denke, da wird am wenigsten passieren oder am wenigsten anbrennen. Barcelona wird das daheim sicher durchbringen. Ob sie am Ende 1-0 oder 3-0 gewinnen, spielt ja keine Rolle. Rom muss dort kommen und dann bei der Qualität die Barcelona hat, werden die sich auf jeden Fall durchsetzen, denke ich. Ja, und die haben das Klassiko gewonnen jetzt am Wochenende. Da sind sie natürlich auch sehr euphorisch. Aber auch nur 1-0 gewonnen, also Barcelona gewonnen ist gewonnen und da Klassiko zählt. und ich glaube, auch Wolfsburg hatte sich in Rom schwer getan gehabt, also ich glaube, die stehen halt hinten drin und da musste erst mal durchkommen und das ist dann auch für eine Mannschaft wie Barcelona schwierig. Also ich denke, die haben ihre Qualität, die wissen, was sie da hinten machen müssen, nur sind sie halt jetzt dann in Barcelona halt anders gefordert, Rom und von daher denke ich auch, dass das da eine klarere Kiste wird, wie das Hinspiel in Rom. Ja, dass 0-0 steht, dann müssen die irgendwann mal aufmachen, wenn sie was wollen. Dann hat Barcelona natürlich wirklich die Räume auch. Gut, verlassen wir die Champions League? Ist das für euch in Ordnung soweit? Ja. Ja? Okay. Gehen wir in die englische Liga kurz rein? Was haltet ihr davon? Ich kann nicht viel zu sagen, weil ich da jetzt am Wochenende nicht so viel mitgeführt Ja, wahnsinnig spannender Titelkampf. Chelsea hat jetzt bei ManCity verloren, das heißt, die ersten vier haben alle noch Titelchancen, es ist unglaublich eng und spannend und ja, und dadurch auch sehr attraktiv und wenn ich mal wieder das beitragen darf, die WSL hatte ja das Women's Football Weekend ausgerufen, weil die Männer Länderspielpause hatten, keine Premier League Spiele waren und bei den sechs Spielen sind 66.000 Zuschauer gekommen. Also ja, das ist immer wieder beeindruckend, wie die das Marketing betreiben, eben wie die Vereine Werbung machen und wie dann auch die Zuschauer in die Stadien strömen. 66.000 Zuschauer bei sechs Spielen. In der Bundesliga waren es jetzt nur fünf Spiele, weil ein Spiel ausgefallen ist, aber da waren es bei fünf Spielen 6.200. Also da muss man nicht mehr viel zu sagen, was man an Nachholbedarf hat. Das wichtigste Spiel vor 2-5. Ja, also ja und zu den Ergebnissen selber vielleicht ein bisschen überraschend, dass Chelsea bei ManCity verloren hat. Für uns Arsenal-Fans war es unglaublich wichtig, das Nordland-Dubby bei den Spurs zu gewinnen. 5-1 sollte Selbstvertrauen geben für die Aufgaben der neuen Woche. Adriana, du? Noch ein bisschen was ergänzend zu den Spielen? Ja, also natürlich ManCity gegen Chelsea. Manchester City hat gleich in der ersten Halbzeit die beiden Tore geschossen. Wie vorher schon erwähnt, dass Millie Bright deutlich in der Abwehr gefehlt hat. Da hat Chelsea viel zu viel zugelassen da hinten und vorne dann nicht die eigenen Chancen nutzen können. Emma Hayes hat nach dem Spiel dann gesagt, das ist die Niederlage auf ihre Kappe geht, aber meint auch in dem Zusammenhang, dass sie momentan zu viele Spiele haben, dass die Belastung extrem hoch ist, was klar ist der Fall, aber das gilt auch für andere Mannschaften, wie Arsenal. Arsenal. Vielleicht war der Fokus auf dem nächsten Champions League Spiel. Man weiß es nicht genau, aber man kann nur hoffen, dass die verletzten Spielerinnen zurückkommen für die Champions League. Insgesamt auch zu den ganzen Zuschauer Rekorden oder den großen Zuschauer Anstrang in der WSL ist natürlich gerade an diesem Wochenende entgegengesetzt zu dem Bayern-Spiel, das nur am Campus ausgetragen wurde und jetzt hast du schon die Hinleitung zum nächsten Thema. Genau, aber wir werden zum nächsten Thema rübergreifen, zur Bundesliga das Mainz. Genau, okay. Ja, dann hatten wir am Dienstag parallel zur Champions League hatten wir das Spiel Potsdam gegen Köln, wir hatten vorher glaube ich in unserem Dorf gesagt, da könnte was passieren, also Köln wird da vielleicht einen Punkt oder sogar drei gelassen, es ist ein Punkt gewesen, Konsequenz aus der ganzen Geschichte, zwei Tage später ist dann der Trainer gegangen worden, ich denke mal, ohne ihn abqualifizieren zu wollen, er hat seine Qualitäten, aber er hat die Mannschaft einfach nicht mehr erreicht, das ist einfach mal so, als Trainer das Schicksal, das konnte man in dem Kölnerspiel sicherlich dann sehen, obwohl die haben wohl Chancen gehabt, die Kölnerin, aber wenn es oben im Kopf mental nicht funktioniert, dann vergibst du die besten Torschein, also, da wurde der Trainer gewechselt, interimmäßig die Frau Bender, die sportliche Leiterin, hat das übernommen und jetzt wird die Krom ist jetzt als Gerücht geht die um, schon durch mehrere Medien, Rezetten, dass die eventuell Köln dann jetzt noch übernimmt, also in dieser Serie, bin ich gespannt, sie ist Nationalmannschaftstrainerin der U17, bestimmt ein neues, frisches, junges Gesicht, mit entsprechenden guten Ideen, warten wir es ab, ja, Köln, haben wir schon gesagt, 0-0, dann am Freitag Werder Bremen gegen Köln gleich, die Überraschung, Werder Bremen hat dann 1-0 gewonnen, die Minimalisten haben wieder zugeschlagen, es ist unglaublich, mit wenig Toren, maximalen Erfolg, aber da wusste man, muss man also sagen, dass Bremen da wirklich verdient auch gewonnen hat. Ja, und dann kommt uns noch ein Satz, einwerfen, ich habe nachgeguckt, die haben Ende Oktober ihr letztes Tor in der Bundesliga erzielt, die Kölnerinnen, und deswegen, das ist inzwischen längst ein mentales Problem, wenn ich da vorne, wenn die Islager habe, oder jetzt auch wieder eine Selina Cercie, aber irgendwie, wenn die den Ball in aussichtsreicher Position bekommt, dann glauben die ja schon, ich verschieße jetzt bestimmt, oder ich mache bestimmt kein Tor, das ist mental im Moment, wenn du fünf Monate lang kein Tor mehr erzielt hast, deswegen, die Kölner Mannschaft an sich von den Namen her vom Kader ist ja stärker wie vorletzter Platz. Ja, natürlich, absolut, muss man einfach so sagen. Spirale in der Finale. Also, die zehn Spiele, zehn Spiele kein Tor mehr. Ja, bitte. Was mir so in der letzten oder in den letzten Spielen aufgefallen ist und wenn man eigentlich Sascha Klaas kennt als Trainer und an der Linie kennt, hat er schon die ganzen letzten Spiele für mich irgendwie resigniert gewirkt. Ist ja sonst immer so ein Spieler gewesen, der wie so ein Bo Svensson bei Mainz auch gern mal eine gelbe Karte kassiert hat oder sowas, weil er wie ein HB-Männchen da außenrum ist und oder am Spielfeldrand und er hat für mich schon die letzten Spiele resigniert gewirkt. Also, das ist jetzt so, was mir so als Außenstehendem auffällt, wo ich dann denke, hm, hätte man nicht vielleicht doch früher reagieren müssen. Also, wie gesagt, wenn man so über die Jahre ihn kennt und weiß, wie er sich sonst verhalten hat. Ja, man weiß nicht, wie die Gespräche intern abgelaufen sind. Der ist sicherlich sehr überzeugend in seinem Auftritt und auch in den Gesprächen. Der hat mit Sicherheit denen vermittelt, dass er das Ganze nur rumreißen kann. Es ist, wie es ist und wie gesagt, wir wollen jetzt nicht irgendwie Qualitäten vorgestellt. Irgendwann ist mal der Zeitpunkt gekommen, wo du die Mannschaft gleich nicht mehr reißt. Du hast die gleichen Sätze, du hast die gleiche Ansprache, du wechselst immer die gleichen Leute ein und aus. Dann verlierst auch so ein bisschen die Mannschaft. Gut, Samstag, das langersehnte Spiel, da wollen wir jetzt mal ein bisschen drauf eingehen. Na ja, München-Volksburg, vor ausverkauften Haus, das muss man klar betonen, es waren, du kannst ja fast nachzählen, 2.500 Zuschauer, das war eigentlich schade, das war das Negative in der ganzen Geschichte, aber ansonsten, was haben die Bayern für Fußball gespielt, Andreas und auch Charlotte? Ich fand, es war wirklich ein Topspiel und was mich auch freut, ist, dass ich hinterher nirgends lesen musste, Bayern hat ja aber sowas von glücklich oder unverdient können. Nein, also es hat wirklich denke ich, jeder, auch neutrale Zuschauer, selbst die Wolfsburger Fans, haben eingeräumt, Bayern hat verdient gewonnen. Auch wenn es dann nur ein Elfmeter war und erst sechs Minuten Verschluss, aber trotzdem, man hat das Gefühl gehabt, es ist einfach verdient. Und ich habe zum ersten Mal seit Jahren auch das Klick, Bayern hat auch körperlich dagegen gehalten, dieses physisch starke Spiel, wo man die letzten Jahre immer dachte, na ja, gegen Wolfsburg, die sind einfach höchstisch stärker, da gibt es mal einen Schubser, mal einen Rembler und unsere halten eben nicht dagegen oder lassen sich davon beeindrucken. Das war am Samstag ganz anders. Körpersprache auftreten und auch, ja, das Spiel bestimmt dominiert, Chancen rausgespielt, zweimal die Latte getroffen, eine Merle Frums in überragender Form hat Wolfsburg gerettet, sonst wäre längst vorher schon ein Tor gefallen und die Reaktion von Wolfsburg war eigentlich, ja, sie waren in der zweiten Halbzeit etwas präsenter, etwas besser, aber trotzdem war Bayern die dominierende Mannschaft. Eine gefährliche Situation hatten sie mit Pop nach rechts Flanke von Svenja Hut, glaube ich, war das, wo die Pop wieder reingestürzt ist. Das war, glaube ich, die einzig richtig große Chance. Ansonsten hast du vier, fünf Chancen auf der anderen Seite, wo es einschlägt eventuell, aber Merle Frums das verhindert. Viel zu passiv, also für mich ein taktischer Fehler, die haben viel zu passiv gespielt Wolfsburg, das war eine klare Fehlentscheidung, da hätte man ein bisschen aggressiver angehen müssen. Du hast aber auch die falschen Voren gelesen, also die Wolfsburger Freunde, da haben viele, viele gesagt, Glück, Schiedsrichter, Schiedsrichterin pro, ich sage es dir nur, wie es in den anderen Voren ist, Schiedsrichterin pro Bayern, pro Bauern, ja, Elfmeter war kein Elfmeter und so weiter und so fort, rote Karte für Stanway und dann Elfmeter bei den Schubser gegen die Wassmuth, ähm, ne, gegen Oberdorf, Magul Oberdorf. Ja, da gab es ja noch so ein Rämpfer am Strafbarn, da wollten die Elfmeter haben, die haben sich an allen irgendwie versucht zu greifen, damit sie vielleicht doch hätten gewinnen können. Nein, ganz klar, Bayern München hat das Spiel dominiert, hat die besten, besseren Torschancen gehabt, ist auf eine Merle Forms in Weltklasseform gestoßen, das Handspiel war Hand, das war unglücklich von der Lattein, sie hat die Hand draußen, hat die Oberfläche verbreitert, hat mit dem Arm den Ball die Richtung verändert, dann kam es dann auch noch zum Nachschuss, der war auch noch drin, und da kann man drehen und wenden, wie man will, da hätte sie nicht gefühlt, wenn der Nachschuss drin wäre, hätte es auch einen zu tun können. Und das Argument, da kam natürlich ganz gleich das Argument der Wolfsburger, ja, die haben alle abgeschaltet, nach dem Pfiff, die kamen nicht abgeschaltet, weil der Pfiff und der Schuss, die kamen so schnell hintereinander, da gab es nichts zum Abschalten, das sind alles irgendwo Argumente, schlechte Verlierer, ich kann nur sagen, absolut schlechte Verlierer, so haben sich die Bayern, wo sie mal 6-0 eingekriegt haben, haben sich die Bayern aber nicht verhalten, was ich so vorgegangen habe, sorry, ich mache mir jetzt glaube ich keine Freunde, aber das musste ich einfach mal sagen, das rechte Verlierer kam auch nicht aus der Mannschaft, nein, nicht aus der Mannschaft, das muss man auch sagen, da waren auch klare Statements, dass sie sagen, es war zu wenig von uns und wir haben heute zu Recht verloren, also deswegen. Die haben auch die Wolfsburger Fans berechtigte Kritik angebracht, dass es die falsche Taktik war, dass sie zu passiv waren, genau das, was ich jetzt auch gesagt habe, haben die auch und sie haben auch dem Tony Stroth Wechselfehler vorgehalten, dass er immer die gleichen Leute austauscht und dafür die gleichen Leute wieder rein nimmt. Das kannst du im Prinzip schon als Trainer, als ketnischer Trainer weißt du schon Bescheid, Svenja Hut raus und dann kommt irgendwie XY rein, also werden die dann so und so spielen, ausrechenbar. Aber auf der anderen Seite hat es ja auch bisher in den meisten Fällen gut funktioniert. es hat, ja, weil die Gegner totgelaufen. Ich habe es von Anfang gesagt, wo sie in Hoffenheim glücklich unentschieden gespielt haben und die nächsten Spiele haben sie läuferisch die anderen Mannschaften kaputt gelaufen, weil die unwahrscheinlich ja, Güse haben, also auch konditionell unwahrscheinlich gut drauf waren. Wenn du die Pagio ausschalten kannst zum Beispiel, die Hut rausnimmst aus dem Spiel, da hast du schon ein paar Prozent weg. Die Pop hat er auch falsch aufgestellt zum Glück. Die hat er nicht in die Spitze gestellt. Also der hat sich quasi selbst seine Waffe entledigt. Ja, Bayern hat sehr mal es war, es ist einmal Fehler Wolfsburg, aber Bayern hat klasse gespielt. Also wir wollen das jetzt nicht kleinreden mit Bayern, Bayern hat klasse gespielt. Das ist Alexander Strauß und muss ich wirklich immer wieder loben tun, das ist ein Fuchs. Das ist einfach ein Fuchs, die Mannschaft folgt. Also ich bin ja Bayern-Fan, weiß man, und will deswegen jetzt nicht sehr in die Wolfsburger Geschichte eingreifen oder so, aber ich muss sagen, wir standen ja hinterm Tor und dann habe ich eben schon vor dem Spiel erfreut festgestellt in der Startaufstellung weder eine Jule Brandt noch eine Svendis Jonstott hier. Zwei pfeilschnelle Spielerinnen bei Bayern hinten drin, weiß man ja, mit Kumagai eine, die die Pace eben nicht hat. Da war ich schon mal erleichtert und dann waren die Wolfsburgerinnen ja ständig beim Aufwärmen und so und ich war immer froh, wenn er dann nicht Brandt oder Jonstott hier zu sich gerufen hat, Gott sei Dank bringt er die noch nicht, dann hat er Jonstott hier spät gebracht und zum Glück Jule Brandt eben immer noch nicht. Ja, 85. Minute. Ja, ja, also jetzt aus Bayernsicht, ich kenne natürlich die Fitness, Fitnesszustand und alles oder die zuletzt gezeigten Leistung von den Wölfen nicht. Deswegen, da kann ich jetzt nicht Kritik am Trainer üben. Ich kann nur sagen, so aus Bayernsicht, wir waren froh und erleichtert, dass die zwei schnellsten Spielerinnen nicht gebracht wurden und auch die Umstellung nach dem Pajor raus sah, zur Halbzeit glaube ich, dass eben dann Alexander Popp nicht in die Sturmmitte gerückt ist, sondern weiter sehr zurückgezogen gespielt hat oder auf dem Flügel gespielt hat, waren wir alle ein bisschen erleichtert. Ob es die richtigen Überlegungen waren, das kann nur Tommy Stroth oder die Insider bei Wolfsburg beurteilen. Ja, sicherlich kann der das beurteilen, der weiß auch selber, dass er da irgendwo vielleicht ein Bock missgebaut hat. 46. Minute kam die Wülms für Hering, 59. Minute Jungslottier für Rot, Rot, Borg, 59. Wassmuth für Pajor, 85. Minute Brand für Rauch, also so eine Stürmerin wie Brand, die bringe ich einfach her. Irgendwie, ich kann es nur aus meiner Sicht sagen, verzockt. Ja, verzockt. Ja, zockt, ganz einfach verzockt. Da war der bessere Zocke in dem Augenblick, wirklich der Alexander Strauß, der hat, ja, sein Meisterstück, meines Erachtens immer, ob sie Meister werden, weiß man nicht. Sie können noch spielen irgendwo verlieren, sie können unentschieden spielen, das kann alles noch passieren, man steckt da nicht drinnen, aber sie gehen jetzt erst mal in Führung, sind die Gejagten, nicht mehr die Gehäger, mag ein Nachteil sein, kann aber auch ein Vorteil sein. Jetzt sind wir froh, dass sie gewonnen haben, ich denke mal, ist das eingetreten, wo ich schon lange drauf hinten ziebert habe, dass es so kommen wird und ja, was will man dazu sagen, fronten Spiel, also wirklich das Spiel und die Mannschaft von Wolfsburg so rauszunehmen aus dieser Geschwindigkeit, aus diesem Umschaltspiel, phänomenal. Trotz der vielen Verletzten auch bei Bayern München, das muss man ja auch klar sagen. Möchte noch einer zu jemanden zu diesen Prübersagen? Einzige, was ich finde ich schon, was man vielleicht auch erwähnen sollte, ich sage jetzt mal, die Situation mit Margul, Oberdorf und so weiter, das fand ich jetzt nicht gut, sage ich jetzt mal und die Reaktion von Margul fand ich halt einfach nicht in Ordnung. Also bei allem Respekt, also das finde ich, gehört sich einfach nicht. Gut, das V-Spiel war natürlich gegen Sidney Lohmann. Da müssen wir nicht drüber reden. So, da hat sie daneben gestanden und hat dann eben halt ihr Kollege geschubst. Das gehört sich nicht, das ist unsportlich. Meine beiden haben ihre gelbe Karte gekriegt und ich denke, das darf eigentlich einer Nationalspielerin oder einer Kapitänin nicht passieren. Ja, absolut. Bin ich bei dir, ist so. Aber beide haben die gelbe gekriegt, das war hart an der roten Karte, kann man auch sagen. Wer die Schiedsrichtlinien auf die Theatralik reingefallen, der Lina runtergegangen, muss man auch ganz klar sagen. Ja. Tatsachen, Entscheidung, beide gelb. Nein, gut, dass du das gesagt hast. Ich meine, ich habe irgendwo gelesen, die haben sich danach irgendwie noch mal ausgesprochen, die zwei, wie auch immer, aber trotzdem ist sowas, finde ich, doch nicht passiert. Ja, nein, nein, vollkommen richtig. Dafür sind wir ja auch hier, das sprechen wir hier auch an, dürfen wir auch ansprechen, müssen wir auch ansprechen und das schließe ich natürlich als Nationalspielerin nachher nochmal wieder ausklausen, zur Aufgangskamilie. Gut. Noch eins, Wolfsburg, noch was sagen, dann ganz kurz, Hoffenheim gewinnt. Das nächste Spiel, also auch das zweite Spiel unter dem neuen Trainer, sind es schon sieben Spiele ungeschlagen, also die haben da jetzt mittlerweile einen kleinen Lauf. Leverkusen hat sich gegen Freiburg anscheinend ein bisschen stabilisiert. Freiburg, ein bisschen den Trend nach unten, verliert so ein bisschen an Konstanz. Duisburg gegen Frankfurt hatten wir uns wohin unterhalten. Lotte ist ausgefallen, wegen strömenden Regen. Wir haben darüber gesprochen, dass man hätte vielleicht eher auch reagieren können, ja, damit, auch das dürfen wir hier ansprechen. Also ich muss dazu sagen, ich war am Wochenende 30 Kilometer von Duisburg entfernt, bei meiner Schwester gewesen, in Hilden, und war Samstag in Duisburg gewesen, weil mein Neffe da einen zehn Kilometer Lauf hatte und da hat es schon geschifft ohne Ende, also den Samstagnachmittag und dann hat es eigentlich fast die ganze Nacht durchgeregnet. Und ich glaube, da hätte man auch schon Sonntagmorgen gucken können, mal wie der Platz aussieht, denn ab, glaube elf Uhr war die Aktivierung von der Mannschaft gewesen, von Eintracht Frankfurt und da hat es nicht geregnet. Also die sind da im Trockenen durch Duisburg gedappelt und dann zwei Stunden später oder zweieinhalb Stunden später tut dann die eigentliche Schiedsrichterin des Spieles, sage ich mal, wegen Unbespielbarkeit des Platzes das Spiel nicht anfeifen, wenn man es mal genau nimmt. Ja, und ich denke mal, das Wasser hat da auch um elf schon so auf dem Platz gestanden. Was man da hätte vielleicht von Duisburger Seite hätte machen können, um das Wasser vom Platz zu kriegen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Oder ob man dann den Rasen kaputt macht, keine Ahnung. Aber insofern war das ein bisschen unglücklich und was halt auch bei den Frankfurt-Fans, glaube ich, nicht so gut ankam war, und es waren wohl zahlreiche Fans da gewesen, dass die sich geweigert haben, sozusagen die Karten zurück zu erstatten. Und das mit dem Hintergrund, wo man nicht weiß, wann die dann das Nachholspiel ist und auch nach Duisburg fährst du jetzt vielleicht mal, wenn es unter der Woche ist, nicht mal eben hin. Ich vermute zwar, das habe ich zum Klaus vorhin schon gesagt, dass das an dem Wochenende, an dem Pokal-Wochenende sein wird, denke ich mal, nach der Nachholabstellung. Aber ich denke mal, man kann sich an die Geschäftsstelle von Duisburg wenden, wenn jemand nicht hin kann, wenn halt jemand weiß, oh, schaffe ich nicht das Nachholspiel, dann gibt er halt die Karte zurück oder fragt, ob man die Karte zurücknimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass der Mischar-Wüßburg-Kulant gemut ist und auch diese, weil das ist, das ist höhere Gewalt sicherlich, ist ausgeschlossen mit der Kostenerstattung, aber hey, da werden die so kulant sein und sagen, kommen wir die Karte zurück, hat Potsdam ja im Grunde genommen jeden Fall nicht aufgehoben. Ist zwar ein anderer Fall, aber ich denke mal, Duisburg wird sich da nicht irgendwie was nachzahlen müssen. Ja, hast du noch gesagt, das hat da so ein bisschen den Nachteil, du musst da ein Spiel nachholen? Ja, ich finde es jetzt, sage ich mal, halt der Spielfluss fehlt für Frankfurt jetzt vor dem, sage ich jetzt mal, entscheidenden Spiel um Platz drei oder ein entscheidendes Spiel um Platz drei am Samstagmittag. Das ist, denke ich, jetzt so ein kleiner Nachteil für Frankfurt oder könnte ein kleiner Nachteil sein, weil man halt einfach die Spielkonstanz nicht hat. Ja, ja, okay. Jetzt habe ich noch so einen Punkt mit den zwei Diskussionen, die lassen ja nicht nach, mit den 2500 Zuschauern ausverkauft. Man sieht noch hinter dem Tor leere Plätze. Jetzt haben wir heute eine kleine Erklärung gekriegt von jemandem aus der Fendgemeinschaft, dass die Nutzung hat sich im Laufe der Jahre wohl geändert, deswegen auch die Brandschutzbestimmungen haben sich dann auch entsprechend geändert, sind angepasst worden, deswegen darf man dort keine Leute platzieren, wegen auch der Notausgänge. Deswegen 2500 Zuschauer ausverkauft, keine Möglichkeit hinter dem Tor Leute zu platzieren, aus unterschiedlichen Gründen. Wir haben es bei uns in der Gruppe schriftlich, kann wieder nachlesen, wenn er möchte. Jedenfalls ist da eine Erklärung, ist nachvollziehbar. Ich denke mal, das wird auch so passen. Trotzdem, Andreas, das Topspiel gehört einfach in die Allianz Arena. Zum Schluss jetzt nochmal. Hauen wir nochmal einen raus, oder? Ja, wir haben es ja schon ausführlich diskutiert und das steht für mich außer Frage, dass man einfach da den Mut haben muss, so ein Spiel in der Allianz Arena auszutragen, zumal an einem Wochenende, an dem die Männer eben kein Heimspiel haben. Und wie es geht, macht ja Frankfurt vor, die zum Topspiel gegen Wolfsburg geben, wieder in die große Arena gehen. So soll es sein. Es steht für mich auch im Widerspruch zu dem, was Bianca Rech sagt, mehr Transparenz, mehr Öffentlichkeit und, 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 den Frauenfußball. Und das ist eigentlich ein Widerspruch dann irgendwie, was sie eigentlich sagt und fordert. Sie fordert mehr Professionalität der Vereine. Vereine. Dann muss ich aber auch als finanzstarker Verein, europäisches Spitzenklub, muss ich da mal auch vorangehen und nicht wegen vielleicht 200.000, 200.000 Minus mich da in die Hose machen. Vielleicht. Weil da kommen, da werden bestimmt 30.000, 40.000 Zuschauer da gewesen. Vielleicht so zwischendrin. Also 37 vielleicht. Aber, hey, die Umzugskosten, das kann doch nicht das Problem sein. Das hat Barcelona, wenn die da in den Camp Nou reingehen, haben die das verständlich. Die gehen einmal da rein und gehen einmal da rein. Also, wenn man unter der Woche, einem Dienstag, spät Nachmittag, 20.000 Zuschauer ins Stadion kriegt für ein Champions-League-Spiel, dann muss, muss einem Wochenende für das Topspiel der Deutschen Bundesliga möglich sein, dass man mindestens 20.000 oder 30.000 mit entsprechenden Werbung in die Allianz Arena kriegt. Und welcher Verein, wenn nicht Bayern, kann sich denn das leisten, da auch mal ein Minus zu machen für so ein Topspiel? Und dann soll die Bianca Rech eben das nicht öffentlichkeitswirksam auf Facebook fordern oder vom DFB fordern, dass er da den Vereinen Druck machen muss. Sondern dann sollte das intern bei ihren Vereinskranten mal fordern und sagen, so geht's nicht. Wir machen uns doch zur Lachnummer der Liga, wenn wir solche Spiele nicht in der Arena austragen. Und das muss sich ändern. Bayern muss da vorangehen. Das ist doch, Gretel ist ein Spitzenklub in einer Männerliga, die Millionen, Milliarden für irgendwelche Schölinge da ausgeben, die da mal links und rechts aus und vielleicht mal 20 Minuten spielen. Dann kann ich doch auch mal so ein Spiel in die Allianz Arena bringen, mit dem Risiko da vielleicht. Ja, also Sie haben ja auch das Geld, um Abfindungen und Ablösesum für Trainer zu zahlen oder Co-Trainer. Und wenn man davon nur eine Million nehmen würde und würde es bei den Frauen investieren, dann wäre das nämlich sehr viel mehr angebracht. Aber wir haben es ja schon ausführlich besprochen und ich hoffe, dass es zur nächsten Saison anders aussieht. Vielleicht gibt es auch ein anderes Stadion in München mit einer Kapazität von 10.000 oder so, wo man vielleicht für solche Spiele reingehen kann. Aber es muss Möglichkeiten geben. Diese 2.500 am Campus, das ist einfach, ja, da kann man nicht sagen, es ist auch ein vorübergehender Boom. Ja, der ist vorübergehend, wenn man nichts draus macht. Richtig. Ist das jetzt nämlich eine Entwicklung, die man weiter vorantreiben muss. Und dass der Campus ein Heimspiel ist, okay, dürfen wir reingehen, Adriana, das ist sicherlich vom Gefühl her, vom Platz her, ja, ein gewisses Heimspielgefühl. Aber die Allianz Arena mit den ganzen Zuschauern drumherum, mit der ganzen Atmosphäre, die sich da bildet, das ist doch mehr als nur ein Heimspiel. Oder, Adriana? Ja, und wie soll das eine Heimspielstätte werden, wenn man nie hingeht? Also es muss ja auch irgendwie dieser Übergang getroffen werden. Und ich bin mir sicher, dass auch wenn die Allianz Arena nur zur Hälfte oder noch weniger gefüllt ist, dass es trotzdem, da ist super Stimmung, weil so ein Spiel herrscht. Ja, ich habe nur ausgedreht. Man kann das ja auch steuern, wie man die Leute setzt, ja. Man muss ja nicht nur eine Hälfte vollmachen bis unter das Dach, sondern so wie das in Frankfurt auch war, die haben das von unten nach oben aufgebaut sozusagen. Mit den Zuschauern, je mehr Anfragen kamen, umso mehr wurde nach oben hin die Ränge geöffnet oder die Blöcke geöffnet. Und so muss man das dann da halt auch machen. Und man muss, glaube ich, das ist vielleicht eine Sache, die man an DFB vielleicht rückspiegeln muss. Man muss vielleicht nächste Saison vielleicht ein bisschen mehr gucken. Also praktisch eine Verzahnung zwischen den Frauenspielplänen und den Männerspielplänen, dass das vielleicht so gewisse Dinge an einem Wochenende sind, wo ich sage jetzt mal Bayern die Männer auswärts spielen und dann spielt da Bayern gegen Wolfsburg zum Beispiel. Vielleicht muss man da so ein bisschen gucken, ja, um dann nicht zu sagen, dass das Problem hat jetzt Frankfurt. Aber die haben es trotzdem jetzt gemacht, dass samstags die Männer spielen und sonntags die Frauen. Ist nicht ideal. Es war, glaube ich, bevorzugt hätten sie lieber freitags die Männer gespielt und die Frauen sonntags, beziehungsweise umgekehrt. Aber der Tenor war auf Sonntag die Frauen, weil das halt auch noch Muttertag ist. Und auf so Sachen muss man vielleicht dann nochmal ein bisschen in der nächsten Saison gucken oder in Zukunft gucken. Meine Meinung. Bessere Voraussetzungen wie jetzt an diesem Wochenende gibt es ja nicht. Bundesliga pausiert wegen Länderspielen. Wir haben es zwar schon oft thematisiert, wir können es aber immer wieder thematisieren, weil je öfters du das ansprichst, dann geht es auch immer in diese Köpfe rein. Das Problematik wird ja immer größer. Je mehr Zuschauer bei uns zuschauen, schlüpst sich das ja auch rum. Schließen wir eins noch ab, das dürfen wir auf keinen Fall vergessen, weil wir ja auch immer die etwas späteren Mannschaften hervorheben wollen. Potsdam hat mitgespielt am Wochenende, hat gewonnen 3-1 nach einem 0-1-Rückstand. Herzlichen Glückwunsch in Richtung Potsdam. Sie geben wirklich nicht auf, obwohl das Ganze durchaus entschieden ist, aber sie geben nicht auf. Sie verabschieden sich fair, sportlich fair. Sie machen keine Wettbewerbsverzerrung durch Lustlosigkeit oder dergleichen, wie es vielleicht in manchen Männerliegen dann passiert. Haben 0-1-Rückstand umgedreht, 3-1. Absolut verdient gewonnen. Meppen hat nie eine Chance zu gewinnen. Also die haben zwar ein Tor gemacht, aber trotzdem das 1-0, das war schlecht verteidigt von der Abwehr. Aber die haben sich nachher gefunden, die Potsdamerinnen. Also ja, absolut verdient. Aber eins möchte ich dann doch vielleicht zu den Zuschauern mal schicken von Potsdam, die immer ganz gerne über die Benachteiligung ihrer Mannschaft schimpfen, aber richtig schimpfen und auch die Schiedsrichterinnen dann auch dermaßen beleidigen. Vor dem 1-0 gab es ein Handspiel und durch das Handspiel ist ja erst die Torschützchen an den Ball gekommen. Das sollte man vielleicht mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten für künftige Situationen, wenn es auch mal gegen Potsdam geht. Diesmal hat die Schiedsrichterinnen das nicht gesehen. Keiner macht das absichtlich. Die hat die Wiederholungen nicht im Fernsehen, die man sehen konnte. Und deswegen ist dann auch das Tor gefallen zum 1-1, muss das gewesen sein. Und ja, einfach mal Glück gehabt. Und das sollte man einfach mal hinnehmen, zacken lassen. Und bei der nächsten Situation, wenn man vielleicht mal glaubt, man wird benachteiligt, da dran denken. Der erste Sieg ist auch durch solche Sachen entstanden. Haben wir sonst noch was? Habe ich was vergessen? Ich denke mal, wir haben ausführlich diskutiert. Viele Sachen angesprochen, die wieder vielleicht hoffentlich für Diskussionen beitragen. Wir kriegen ja öfters jetzt mal Sachbeiträge auch ziemlich lange. Ist okay. Solange sie sachlich bleiben, ist das auch in Ordnung. Alle anderen, die überlese ich einfach oder lösche ich. Ich muss mich nicht beleidigen lassen oder wir müssen uns nicht beleidigen lassen. Wir machen es ja ehrenamtlich und freiwillig. Ja, Adriana, dann danke ich dir für den Beitrag auch zu den Schuhen. Ich hoffe, dass es angekommen beim Publikum. Wir können das dann auch nochmal hervorheben bei der Vorstellung des Talks. Charlotte, danke, dass du auch ohne eine Tasche herkommen bist. Ich hoffe nicht, dass die von den Krokodilen gefressen worden ist zwischendurch. Man weiß es nicht. Everglades. Everglades, ne? Da ist das schon mal hier und da ein Krokodil. Andreas, Dankeschön, ne? Ja, dass du wieder dabei warst und auf ihn zu beigetragen hast. Fachlich und kompetent. Muss man einfach so sagen, ne? Dankeschön.